die hau meine lieben reisverkäufer leute heute gibt es ein kurzes video ein kleiner sneak peek und zwar kriegt morgen also ab 18 1 2021 kriegt edgar eine neue star power und zwar leute die zweite star power ist edgar heilt sich 25 prozent mehr pro hit leute das heißt mit der ersten macht der 1000 schaden mehr und hier halt ihr euch 25 prozent mehr als mit der ersten star power leute das heißt 189 haut ihr also kriegt ihr pro hit als leben dazu aber mit dieser star power kriegt ihr auf jeden fall 236 was euch diese info gefällt bzw ihr euch mehr davon wünscht lasst gleich da und ja